Mann, wo bleibt denn der Neue? Ich komme, ich komme, tut mir leid, sorry für die Verspätung. Oh Mann, der erste Arbeitstag und du bist so spät. Okay, 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 was müssen wir heute hier tun? Also, wir sind hier und bewachen heute das XXL Patrick Star Exegrab. Ach wirklich, okay, und was müssen wir tun? Oh Mann, Alter, wir müssen es natürlich bewachen. Keiner darf hier rein, das ist sehr, sehr geheim. Weil mir drunter liegt nämlich ein XXL Patrick Star, hat man mir gesagt und andere Dinge. Und da darf keiner rein, so. Und du sollst diese Sachen hier bewachen. Keiner darf diese OP-Items in die Hände bekommen. Sollte einer diese OP-Items in die Hände bekommen, war es das mit unserem Grab. Dann wird jemand ganz einfach damit das Grab stürmen. Alles klar. Und du sollst es auch nicht anziehen, zieh sofort aus. Das ist geheime Rüstung. Okay, tut mir leid, alles klar, ich passe jetzt darauf auf. Äh, Buffalo, was ist das da hinten? Weiß ich nicht, das sieht aus wie eine Geheimbasis. Äh, Leute, wir sind gerade wieder nach Hause gekommen. Was ist los? Das ist was, komm mal genau hin. Ich sehe es, da hinten hängt ein Bild von Patrick Star Exegrab. Also, warte mal, lass mal direkt mal mit denen reden, was hier abgeht. Ähm, hallo? Ey, ganz ruhig, wo wollt ihr hin? Äh, wir wollen uns dieses Ding hier angucken. Das sieht aus wie ein Riesengrab. Das können wir sehen, dass sie das wollen, aber es ist komplett verboten. Habt ihr verstanden? Hallo? In der Stadt ist nichts verboten. Wir sind Danny und Buffalo, wir sind hier bekannt. Wir haben die Stadt gebaut, die Stadt gehört uns. Das ist uns sowas von egal. Genau, es ist uns egal. Und ich bin der Neue, ich arbeite hier seit heute. Äh, das ist uns egal, ob du seit heute arbeitest. So, lass es jetzt hier rein. Rein hier. So, ihr habt Widerstand geleistet. Ah, die schießen, die schießen, Leute, die schießen, die schießen, die schießen. Oha, Leute. Okay, wir werden jetzt den Polizeikommissar anrufen, denn der wird sich jetzt darum kümmern. Wenn wir schon nichts machen können, Buffalo, dann rufen wir den Polizeikommissar an. Was sagst du dazu? Ist eine gute Idee. Ist eine gute Idee. Dann gib mir mal dein Handy, weil ich hab mein Handy nämlich vergessen, Leute. Und lass ein Like, da ab und die Kanal aktiviert die Glocke. Schaut das Video bis zum Schluss, denn wir werden definitiv in diesem Video dieses Grab ausgraben und schauen, was da drin ist. Also auf keinen Fall wegschalten. So. Würde ich sagen, Buffalo. Danke für das Handy. So. Dann rufe ich mal die Polizei an. Zack, 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 zack. Hallo? Hallo, hier ist der Polizeikommissar. Was kann ich für dich tun? Ah, Mann, ich bin's. Äh, Dandy, schau mal. Bei Mount Muji gibt's dann welche neuen Mafiosis, die in der Stadt sind und die bewachen einen Patrick-Star-Exegrab. Ich glaube, die verheimlichen uns was. Könnt ihr euch das angucken? Aber klar doch. Wir sind jeden Moment da. So, Jeremy, bist du bereit für den Einsatz? Also, eigentlich bin ich am liebsten Jim. Kannst du nicht einen der anderen Jeremies nehmen? Ähm, äh, ja, aber die sind noch in der Ausbildung und du bist schon viel länger bei uns. Oh, Mann, okay, okay, ich komm ja schon. Ich muss ja auch irgendwie mein Brot verdienen. Richtig. Das gibt vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung, wenn diese Mission erfolgreich absolviert wird. Leute, lasst du mal ein Like da, damit wir das schaffen. Dann würde ich sagen, Jeremy, dann, äh, Danny meinte, bei Mount Muji gibt's Mafiosis, aber bist du aufgeregt? Oh ja, ich hab noch nie gegen Mafiosis gekämpft, das wird sehr spannend. Sind die denn stark? Also, ich bin schon seit über 10 Jahren Polizist und, ja, die sind schon stark. Aber das kriegen wir schon hin, so. Ja, aha, Danny hatte recht, da ist wirklich ein XXL-Patrick-Star-Exengrab. Ja, das sieht sehr gruselig aus und warte mal, das sind voll viele. Wie sollen wir gegen die überhaupt ankämpfen? Ähm, naja, wir haben hier diese Polizeipistole, damit sollten wir das eigentlich hinkriegen, oder? Oh Mann, okay, ich hoffe, das klappt. So, was sollen wir denn überhaupt sagen? Ähm, keine Ahnung. Wir können es vielleicht sagen wie, Hände hoch, hier ist die Polizei. Ähm, wir haben ein Problem, die Polizei ist hier. Ja, genau, ihr habt ein Problem, die Polizei ist hier. Ja und, wir werden euch besiegen. Jeremy, Angriff. Oh Gott, oh Gott, die machen ja richtig Schaden, Alter, oh Gott. Ah, ah. Hast du das gesehen, Buffalo, die Polizei wurde einfach so erledigt? Ja, ich hab's gesehen, die haben ja gar keine Chance gehabt. Leute, wenn die Polizei das nicht hinkriegt, wie sollen wir das denn schaffen? Wir haben doch gar keine Chance. Oh Mann, Alter, oh Mann, was sollen wir denn machen? Warte mal, vielleicht können wir die mal ein bisschen lauschen, was die da so sagen. Vielleicht finden wir welche Informationen. Aber, Dandy? Ja? Mir ist vorhin was aufgefallen, wo die geredet haben, wo wir da waren. Was denn? Der, ich glaube, der Linke. Ja? Der ist neu. Oh, das heißt, der ist bestimmt noch mega schwach, Leute, oder? Könnte sein, aber lass uns mal belauschen, was die sagen. Äh, Mann, Alter, wir müssen ihn noch drei Stunden wache halten. Oh ja, ich muss auf Toilette, ich weiß nicht, ob ich es drei Stunden aushalten kann. Eigentlich darfst du diesen Post nicht verlassen, aber ich erlaube dir, du kannst kurz in den Wald gehen und pinkeln gehen. Hast du das gehört, Buflo? Der Neue will kurz in den Wald zu uns kommen und pinkeln. Warte mal. Wir haben dann ein Problem. Der wird uns dann sehen. Oh, versteck dich schnell, versteck dich. Ne, schnell irgendwo hin. Oh, okay. Oh, Leute. Leute, wir haben, äh, der ist jetzt irgendwo hinter einem Baum oder so. Oh, was wollen wir jetzt? Zweit schaffen wir das vielleicht, weil der neu ist. Ja, okay, okay, okay. Ja, okay, Leute. Wenn ihr alle jetzt einen Like da lasst, dann werden wir den jetzt angreift. Alle mal liken. Okay, Buflo, ich bin ready. Wo ist der? Der war doch hier. Oh, tut das gut. Endlich kann ich pinkeln. So, Buflo. Da ist er, da ist er. Hinter dem Baum hier. Drei, ja, ich sehe es. Drei, zwei, eins. Und ein Grebe. Oh, Gott. Der hat nicht viel Leben. Der ist wirklich schwach. Oh, ja. Oh, oh, oh. Wo ist das hier alles? Alter, OP-Sachen. Jetzt haben wir endlich eine Chance, uns das Grab anzuschauen, Leute. Alter, guck mal, wie ich aussehe, Buflo. Mit dieser Hose. Guck mal, wie hoch die geht. Oh, ha. Oh, falsch. So, die Hose habe ich schon. Oh, ha. Ist das Schuhe? Laserschwert. Hinter, hinter dir ist die Brust. Äh, wo ist die Brust? Hier. Ah, da. Uh, so. Jetzt haben wir Full Equipment Laserschwert. Ich habe hier sogar einen Alien Blaster. Guck mal. Irgend, aber ich habe noch gar nichts. Äh, hast du nicht ein Laserschwert bekommen? Hast du zwei? Äh, ich habe das hier bekommen. Nimm das Laserschwert. Das passt so, Leute. Und jetzt werden wir zum Grab gehen. Okay, Leute. Let's go. So, der wird sich jetzt wundern. Äh, warte mal. Wieso habt ihr die Ausrüstung an, die ich dem Neuen gegeben habe? Und wo ist der Neue überhaupt? Was habt ihr mit ihm gemacht? Tja, der Neue hat von uns, äh, aufs, äh, ja, wie heißt das, aufs Maul bekommen. Wir haben ihn erledigt. Nein, der hat eine Kündigung geschrieben und uns die Sachen gegeben, natürlich. Ja, das glaubt ihr wohl selber nicht. Ich werde mich an euch rächen. Ich habe mich eh schon verraten. Das ist eh jetzt egal, Leute. Ja, okay. Jetzt ist es egal. Jetzt kommt da los. So, let's go. Okay, der macht trotzdem Schaden. Und. Oh. Bäm. Oh, was hat er? Wir haben einen Schein dabei lassen. Oh, platziert ihn mal. Ja, wir können jetzt die Tür aufmachen, Leute. Ja, die Tür ist offen. Und jetzt geht sie richtig ab. Oh Gott, die schießen ja alle. Okay, die sind alle stark. Wie soll ich denn da reingehen jetzt? Äh, so. Ja. Boah, traust du dich, die machen Schaden, ne? Du musst aufpassen. So, ich mache schnell. Einen muss ich erledigen. Okay, eine nach dem anderen. Jetzt den hier. So, wo ist hier? Was ist in diesem Grab versteckt? Rück mit der Sprache sofort raus. Oha. Nein, ich habe auch so ein Zwei jetzt. Oh nein. Oh, oh. Der hat hier was getroppt. Der hat hier was getroppt. Eine TFG-Gun. Die sieht stark aus. Warte. Ja, die ist stark, wo allo. Wir haben schon. So. Kame. Kame. Nein, nein, nein. Lass mich raus. Bäh. Oha. Das war ja mal mega krass. Boah, ist nicht stark. Oha, Leute. Aber ich habe hier nichts. Äh, egal. Du kannst jetzt nur das hier haben. Komm her, komm her, komm her. Ich gebe dir den Alien Blaster. Perfekt, so, oh ja, reicht, reicht Okay, Leute Jetzt kann Buffler auch mitmischen Let's go Und zack Aber warte mal, wie stark wird Patrick sein, wenn die so viele Wachen hier haben Oha, Leute Patrick wird richtig stark sein Das dürft ihr nicht verpassen, wie gruselig Der aussieht Okay Es sind nur noch zwei Stück Let's go Der hat was fallen lassen Ich seh's, ja, warte mal Ist das nicht so ein Grabgerät, so eine Mining Drill Wartet mal Gehen wir auf die Seite Oha, okay, ich seh's schon, weil hier Ist Obsidian und Leute, wie ihr wissen Mit einer Hand oder auch mit einer Spitzhacke Würde das so lange dauern Aber ich denk mal, mit diesem Gerät hier Sollte das schnell gehen Dann wollen wir mal Oha Da ist er, guck mal Oh Gott, sieht der großartig aus Der hat so rote Augen Oha Und Let's go Machen wir das hier auf Sandy? Ja Hinter dir? Weißt du, was jetzt ist? Was? Ah Wofür, was soll ich das? Oh Gott, komm schnell rein Bitte Warum soll ich jetzt auch untersprechen? Du bist doch schon unten Komm rein Okay, okay Ich komme, ich komme, ich komme So Patrick Was hast du hier versteckt? Ah Ihr habt also mein Geheimversteck gefunden Ich kann euch leider nicht mehr am Leben lassen Oh nein, wir kennen sein Geheimnis Das heißt, der will sich an uns rechnen Aber Patrick, du weißt schon Wir sind mega stark Ah Oha, der brennt Oh nein, der brennt Der brennt ja richtig Oha Der kann sich gar nicht bewegen Weil es hier so eng ist, Leute Let's go Wo ist er? Boah, ist der schwach gewesen Also ich habe vorhin Der war ja echt Von ihm habe ich mehr erwartet Aber warte mal Ich habe hier einen Code bekommen Der ist 6, 6, 5, 5 Und Aha Hier ist also das Geheimversteck der Mafiosi 6, 6, 5, 5 Aha Hier sind überall Diamanten und Gold Oha Oh, wie cool Aber ich habe keinen Bohrer Mann So, wir schnappen uns alles Echt, auch die Tür ist kaputt, Mann Ja Damit geht Damit hätte ich auch die Tür kaputt machen können Hätte ich das mal gewusst Oha, Leute Diese Mission war ja mal mega erfolgreich Wir sind jetzt schon gut reich geworden Durch diese Folge Leute, wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Abonniert den Kanal Aktiviert die Glocke Und wir sehen uns dann beim nächsten Video Tschüss Tschüss